Guten Tag und willkommen zurück bei einem neuen League of Legends Video. Ich habe hier gesehen, es gibt irgendeine komische neue Masterwork-Chest-Mechanic und die wollte ich direkt ausprobieren und dachte mir so, ja komm, warum nicht oncam, kleines Bonus-Video, hab mir also hier mal elf Stück geholt, hier das komische Bundle. Und jetzt mal sehen, man soll hier pro fünf Stück, soll man hier dann Bonus-Sachen bekommen und beim ersten Mal kriegt man hier zwei Sachen, eine Random-Skin-Chart und einmal fünf Mythic Essence, dann fünf Mythic Essence und dann halt nochmal und das Ganze soll sich dann wiederholen. Ja, okay, äh, Moment. Heißt das dann, dass man, wenn man hier die 25 hat, dass man dann auch hier wieder anfängt und dass man nicht dann nur fünf bekommt? Das wäre eigentlich ganz cool, dass man halt pro 30 Stück, dass man nochmal so einen Bonus quasi bekommt, aber, ja, okay. Schauen wir erstmal, was hier Sache ist. IG Irelia, Maokai-Skin, Shen-Skin, Beko-Skin, Saira, Draven, Singed, Special Weapon-Sack. Den fände ich eigentlich ganz geil, aber ich glaube, ich habe den schon. Ein E-Mote und 525 Orange Essence. Und dann lassen wir uns einfach nochmal die letzte Kiste öffnen. Ja, ganz geil. Ich spiele gerne Vega und, äh, Legacy-Skins nehme ich immer gerne an. Zumindest von den Charaktern, die ich, äh, halt aktiv spiele. Jetzt mal schauen. Okay, Milestone Reward. Okay, also man kriegt genau das, was hier steht. Dann können wir uns das hier auch nochmal anschauen. Luna Beast, Alistar, auch ziemlich nice. Ich glaube, der Skin ist echt ganz cool. Ja, also den werde ich mir auch gönnen dann. So. Ach, komm. Hier, das Ding können wir auch nochmal aufmachen, aber nur, weil ich es gerade im Inventar habe. Und dann ist hier noch interessant zu wissen, früher konnte man sich ja für einen Gemstone, was 10, ähm, Mythic Essence heute sind, konnte man sich eine Masterwork-Chest holen. Das geht nicht mehr. Das ist auch noch interessant zu wissen. Aber dafür kann man sich jetzt Skin-Charts holen für, ähm, Mythic Essence. Das ist eigentlich ganz geil. Dann braucht man nicht auf, äh, auf so viel Glück hoffen, dass man wirklich eine Skin-Chart bekommt aus der Masterwork-Chest. Ich denke, die meisten werden sich das sowieso für, äh, Skin-Charts geholt haben. Und hier die zwei Sachen. Also, dass, dass das so geändert wurde, finde ich eigentlich ganz geil. Da hat man einfach dann mehr Möglichkeiten mit den, ähm, mit der Mythic Essence, sich einfach Sachen zu holen, die man gerne hätte. Oder wenn man hier noch Orange Essence braucht, das kann man sich dann auch holen, anstatt sich dann erst eine Masterwork-Chest holen zu müssen und dann auf einen, äh, guten Skin zu hoffen. So, ist eigentlich ganz geil. Ja. Ich finde die, ich finde die Änderungen eigentlich ganz gut. Und hier der Pike-Skin wäre für mich noch sehr interessant. Ich weiß nicht, ob der neu ist, aber ich gehe mal davon aus, ähm, nur wann der gekommen ist, weiß ich nicht, weil das wurde irgendwie nicht, nicht wirklich angekündigt. Aber gut, ist auch egal. Ich wollte nur dieses, dieses neue System mit den Masterwork-Chests mal zeigen und, ja, mal schauen, was sich noch so ein, äh, einfallen lassen. Gut, dann würde ich sagen, später viel Spaß beim Video. Es kommt jetzt regulär um, also spätestens 20 Uhr die nächsten Tage, aber wahrscheinlich auch mal einen Tag früher. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen vorproduziert. Also, viel Spaß bei den Videos. Ich bin erst mal raus. Bis demnächst und ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.